jo was kann meine freundes zählen wieder am start ja heute wieder mit gta 5 ja ihr wolltet es ihr bekommt es das heißt ihr kriegt jetzt wieder von mir gta 5 ja wir spielen killquote hat zwei soll ja ein neuer gegner modus sein ich muss mich erst mal wieder rein finden da ich ja schon so ewig lang kein gta mehr gespielt habe aber jetzt dachte okay ihr fragt in den streams nach gta ihr schreibt auf facebook wegen gta deswegen hier ihr kriegt gta jetzt müsst ihr mir aber nur ein bisschen weiterhelfen wollt ihr hier so gegner modis weitermachen oder eher rennen oder soll ich wieder auf mythenjagd gehen oder vielleicht doch eher auf ja sagt mir auf glitches wo raketen was geht denn hier ab alter alter was geht denn hier ab hammer sieht witzig wow das sieht auf jeden fall witzig aus das muss man mal sagen das sieht echt witzig aus da oben ist doch ein oder nee da war keiner okay aber hier scheint es ein bisschen hart zu explodieren aber es ist geil das ist echt geil ja ich habe einen erledigt perfekt da ist einer ah da haben wir uns beide erledigt ha 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 geil ha 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 ey das feiere ich gerade das ist echt geil aber ich verstehe das noch nicht ganz ich habe da echt keinen plan was ich da jetzt machen muss ganz ehrlich was bedeutet das 1 1 6 da unten ja ich habe keinen plan wie das funktionieren soll hä neu neue waffe hä haben wir jetzt eine neue waffe gekriegt ah ah nein ah wir müssen leute töten und dann äh kriegen wir ah und je mehr leute wir töten umso bessere waffen kriegen wir oder äh schlecht ist die minigun vielleicht ein bisschen schlechter als äh raketenwerfer ah der ist tot alles klar hier habe ich jetzt nur ein kill ne oh neue waffe speziell ah wir kriegen schlechtere waffen jetzt ich verstehe ich verstehe gehen wir schnell hier rein nice oh oh fuck die haben ja jetzt auch die spezialkarabiner ne ja boah ich weiß jetzt nicht ob ihr das hört ne äh ich habe hier gerade im äh hier im äh komm in dem komischen sprachchat dingens hier so ein kleines kind wo die ganze zeit rum schreit weiß ich ob ich das oh wir kriegen eine neue waffe oder die leuchtet nämlich so so krass aber wir liegen in führung das ist doch schon mal gut das ist schon mal gut dass wir in führung liegen obwohl ich gerade richtig hä wir haben verloren oder ja wir haben verloren aber gut ist auf jeden fall eine witzige runde macht spaß macht echt spaß ich denke mir ich werde es vielleicht öfter so machen die andere killquote hast vielleicht mit dem black dragon lp könnte interessant werden dann würde ich sagen wenn es euch gefallen hat dann wisst ihr bescheid und wir sehen uns dann beim nächsten mal wieder macht's gut haut rein ciao ciao